Chaotische Zustände auf New York-Straßen. Autos stecken in den Wassermassen fest. Viele Menschen sind sogar eingeschlossen in ihren Fahrzeugen. Ohne fremde Hilfe haben sie keine Chance, sich zu befreien. In diesem Bus können sich Fahrer und Passagiere gerade noch auf die Sitze retten. Chaotisch auch die Lage bei der U-Bahn. Wassermassen fluten die Bahnhöfe. Die Stadt kommt zum Erliegen. New York ist teilweise überschwemmt. Der Bürgermeister Bill de Blasio hat den Notstand ausgerufen, twittert. Wir erleben heute Abend ein historisches Wetterereignis mit rekordverdächtigem Regen. In der ganzen Stadt brutalen Überschwemmungen und gefährlichen Bedingungen auf unseren Straßen. Im Central Park fielen rekordverdächtige 3,1 Zoll Regen, rund 76 Liter pro Quadratmeter. Die alte Rekordmarke wurde erst vor zwei Wochen aufgestellt. Tropensturb Henry brachte in der Nacht zum 21. August 1,9 Zoll, entspricht 48 Liter pro Quadratmeter. Aida ist ein anderes Kaliber. Das bekamen wenige Stunden zuvor auch die Nachbarn aus New Jersey zu spüren. Auch hier überschwemmten sinnflutartige Regenfälle die Stadt. Aida war am Sonntag als fünfstärkster Hurricane in der Geschichte der USA in Louisiana im Süden auf Land getroffen und hatte sich daraufhin als tropisches Tiefdruckgebiet Richtung Norden bewegt. Noch immer sind Hunderttausende Haushalte ohne Strom oder fließend Wasser. Untertitelung des ZDF für funk, 2017